hallo und herzlich willkommen zum farmexperten 2016 ja lange lange nichts mehr gehört jetzt geht es weiter und in der letzten folge haben wir besprochen dass wir mehr ins management gehen wollen und das werden wir jetzt natürlich auch tun ja letztes oder letzte folge haben wir dieses feld gesät ist ja auch schon etwas länger muss man erst mal überlegen deswegen geben wir mal auf karte hier und genau das haben wir jetzt mit weizen besät dann müssten wir das hier noch damals gesagt lassen wir einen helfer machen gehen auf arbeiter und da müsste ja theoretisch dann gras drauf hat wir da gras drauf machen wir wollen uns ja auch um die tiere ein bisschen kümmern deswegen würde ich sagen obwohl das ist das denn schon momentchen kurz auf felder genau wir müssen das mal kurz an die flügen ist es geflügt ist es schon bestellt auch richtigen sehen so gras gut das ist sehr gut okay das heißt wir könnten jetzt kurz überlegen ein tag moment einfach vorsimulieren zack so dann gehen wir weiter wollen mal gucken tier ist auch noch alles in ordnung muss man immer darauf achten gucken wir mal das heißt jetzt düngen wir jetzt müssen wir düngen so so schaue ich mir mal kurz an weiß gar nicht ja wir düngen das einfach auch noch mal sicher ist sicher so warum was denn da so flieger haben wahrscheinlich schon fertig hier gedüngt alles leicht hier in unserer karte nachschauen ist ja noch nicht da gewesen oder was ist ja noch nicht da gewesen oder was jetzt so mal gucken sieht doch gut aus ja gut dann würde ich sagen könnten wir schon da war alles erledigt ja mein gott wir sind so unterwegs ähm können wir vorsimulieren wir finden uns im april und eben jetzt mal kurz überlegen im juli genau irgendwie so ähm karmannia oder 31 juli war das so können wir mal schauen da ist es erntereif deswegen wir schauen wir schauen wieder auf unsere tiere ähm büb ähm da sind die tiere genau oh da würde ich sagen da kaufen wir nochmal ein bisschen was ein einfach mal ein bisschen einkommen ja sicher ist sicher so kommen wir mal 2000 äh schon wundervoll ist genug ne gut dann simulieren wir vor zack da verdienen wir auch ordentlich Kohle immer sieht ganz gut aus hier würde ich sagen müssen wir erstmal auf würde ich sagen mal 6 stellen sicher ist sicher ich glaube das haben wir letztes mal nicht umgestellt äh weiter ja das sieht doch ganz gut aus warum kriegen wir jetzt eigentlich nur so wenig Fischziegenmilch mal schauen wir mal gucken hier gut das runter gesetzt och och das ist ja das ist ja schade gut dann wir finden uns jetzt im mai ein dreister ah jetzt das sieht doch gut aus Tiere alles gut ja dann warten wir wieder zack wieder unser Kredit ein bisschen zurückbezahlt und jetzt regnet's ist ja nicht so schönes Wetter so wir befinden uns mittlerweile im Juni gehen wieder vor gucken uns die Tiere an sieht ganz gut aus und warten gucken mal gucken was passiert so jetzt befinden wir uns im Juli und das Wetter ist immer noch nicht so toll aber wir sehen es ist es ist gewachsen so ist aber noch nicht reif also geht's weiter ähm oh wir können jetzt Moment wir können jetzt hier sehe ich verkaufen das machen wir auch da verdienen wir mal ein gutes Geld und das brauchen wir von dem Geld kaufen wir uns wieder Tiere so dass man immer was zu tun hat ne und wir kaufen uns natürlich hier wieder Vogelfutter ja und wir haben auch in der ähm ja ob wir das in dieser Folge auch schon mal haben was zu besprechen denn ähm ja es ist einfach momentan so dass äh wir merken dass der Lammwirtschaftssimulator einfach besser geschaut wird ähm warum ja da gibt's nur eine Antwort denk ich mal das hat sich so eingebürgert das Spiel ist immer richtig gut gewesen ähm und ähm ja das bleibt in den Köpfen das Spiel ist nicht so bekannt der Farmexperte ist auch noch nicht eigentlich äh ja richtig ähm wie soll man sagen richtig äh fertig entwickelt worden wir sehen es sind noch einige Bugs drin das mit Steam war auch komisch dass das erst später da erschienen ist es kann einfach nicht mithalten es ist schade es hat wichtige also wirklich wichtige coole Features ähm aber es kann trotzdem nicht mithalten wenn man so ein Mischmaschette aus LS Grafik Farmexpert Features dann denke ich mal würde das schon ganz anders aussehen ähm so ein Raster muss man mal gucken gucken und da ist es reif und deswegen ähm haben wir uns überlegt da das wir können wir können euch das natürlich auch äh können ich nicht zwingen Farmexpert zu gucken und deswegen haben wir uns überlegt ähm dass wir das Projekt mit der 30. Folge beenden werden aber ähm wenn ein wirklich cooles Features kommt ähm vor allen Dingen jetzt kommt ähm ja das ich glaube das ist mit das größte Problem dass der Farmexperte einfach nicht genug lizenzierte Marken beinhaltet also dass da ja das äh gucken wir uns einmal den Landwirtschaftssimulator an da sind sehr viele lizenzierte Marken drin es werden nicht weniger es werden immer mehr aber es kommen wohl auch lizenzierte Marken hier hinzu was auch cool ist ähm und das ja ich weiß wir wollten eigentlich mit dem Management anfangen aber ich denke mal das ist das Beste so das bringt ja auch nichts ähm wenn das keiner guckt das sieht man ja ganz klar also am Anfang wir wissen neues Spiel es guckt jeder aber naja deswegen muss man mal überlegen ähm ob man dann vielleicht oder was äh ob man dann wirklich sagt wir beginnen ein neues LS Projekt LS 15 Projekt LS 17 dauert noch sehr lange also ich laufe hier auch gerade nur so rum ne ja das ist immer so eine Sache erzählen und äh arbeiten dabei ne ähm ob man sagt man beginnt dann ein neues LS Projekt äh wir mit mehreren Leuten ne wir sind ja auch eine Spielgemeinschaft muss man sich mal überlegen deswegen würde ich sagen schreibt das in die Kommentare was ihr euch wünscht würde zum Beispiel was für Projekte also es kommen natürlich auch noch neue Simulationen raus nennen wir mal Convert die Baustellen Simulation das Spiel kommt auch noch raus ähm oder natürlich da okay das sind jetzt so Spiele die darf man auch nicht wieder zu ich denke mal zu hoch einstufen ne da haben wir noch den Autobahnpolizeisimulator 2015 oder so kommt auch noch das sind halt Nebenprojekte kann man so sagen Farmexpert war auch ein Nebenprojekt wir sind das oder was mit ETS kann man auch mal wieder machen also was meint ihr dazu also kann man sich überlegen also ich denke mal ETS wird bald kommen also ich denke mal so LS und ETS sind so zwei Projekte die laufen sehr gut ähm wobei wobei natürlich auch noch sehen bei LS wirklich das das läuft bombe also da auch nochmal ein großes Slub an Werner der macht das wirklich super also eine umgebaute Map jetzt vom forbidden mods also die Belgique pro 4 ist wirklich gut und ja deswegen ähm ich weiß also die Apfelernte sollten wir dann doch nochmal durchführen und schauen wir mal kurz mal an wir fahren mal kurz so den Äppelchen hin das wird hi guck mal haben die einen neuen Zaun lange nicht mehr gespielt muss ich ehrlich sagen da muss man mal überlegen aber ich sehe die sind immer noch nicht verwachsen das kann doch wohl nicht sein Mensch und da wir damit wir noch so wenigstens ein bisschen auf Management geben würde ich sagen Männchen so aussteigen wenn wir da Weizen Weizen wir lassen auch mal den Weizen ernten das schauen wir uns mal an wie der Helfer das macht okay dann gehen wir auf Arbeiter und gehen auf Ernten gucken mal gucken ob er zugang ist oh der hat sogar einen großen drascher aber auch wirklich nochmal ein großes lob an die entwickler die wirklich viel in dieses also viel arbeit in diesem spiel stecken also es kommen wirklich regelmäßig updates raus die wollen kostenloses dlc machen oder dlc also die wollen jeden monat wohl neue maschinen hinzufügen wirklich coole sache also nochmal wirklich lob also das hat man nicht bei jedem spiel ja muss muss ich ehrlich sagen aber ihr möchtet halt lieber da sehen wir halt einen aufruf zahlen das ls projekt ja wir im moment ja nur ein ls projekt von dem werner gucken und ja das ist so und wie gesagt ich würde sagen ihr schreibt es in die kommentare welche projekte man noch anfangen könnten sagen wir mal neues ls projekt neues ls projekt oder ets projekt wie auch immer zwischendurch projekte wird es auch geben ansonsten würde ich sagen verabschiede ich mich hier von der vorletzten folge die nächste sehen wir uns dann nochmal und hoffentlich könnten wir dann auch denke ich nicht die Äpfel ernten mal schauen wie gesagt ich würde sagen wir sehen uns in der letzten folge wieder vom Farmexperten 2016 tschüss